Ich werde viel Geld damit verdienen. Was ist denn das? DVD-Verleih. Wow, sie haben aber viel Angebot hier. Da werde ich mein Geld gleich beenden lassen und alle DVDs ausleihen. Was ist denn das? John Carter. Den nehme ich mir mit. Wie viel kostet der? John Carter kostet 50 Euro. Was? 50 Euro? Okay. Dankeschön. Dankeschön. algorithms.